Moin Leute was geht hier ist wieder Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch wie ihr die Milas Herausforderung lösen könnt in der ihr einen Teddybär in Risky Reeds 100 Meter tragen müsst. Das ist wirklich sehr einfach dazu landen wir bei Risky Reeds für alle die es nicht wissen es ist hier neben Francie Farm. So dann springt man ab. Francie Farm wird jetzt auch bestimmt richtig voll sein wegen den Missionen weil jeder dort landen wird Leute deswegen würde ich es euch eventuell empfehlen in Gruppenpeile zu machen damit ihr eine höhere Chance habt oder falls ihr getötet werdet einfach wieder hinfliegen könnt. Hier landen schon ein paar Leute aber das ist nicht schlimm ich kann euch ja trotzdem ganz schnell zeigen wie das geht wie ihr seht sind bei Risky in der Mitte bei den Autos und bei dem Grill diese Teddys schon am Grillen und am Chillen einfach hinfliegen Leute mit bei mir mit A aufheben und wegrennen 100 Meter müsst ihr laufen am besten verwickelt euch gar nicht in einen Kampf nehmt den Teddy und rettet ihn ich werde gejagt aber ist nicht schlimm Leute das war's auf meiner Herausforderung ich hoffe euch habt ihr zu mir gefallen falls ja lasst einen like da schreibt in die kommentare Leute und wir sehen uns im nächsten Video ciao